Die Möglichkeiten von Microsoft Purview für den Informationsschutz sind unglaublich vielfältig. Allerdings ist es in der Praxis manchmal nicht so ganz eingängig. Deswegen schauen wir uns gemeinsam heute ein paar Praxisbeispiele an. Herzlich willkommen zu Cloud Ping Pong Folge 77, mal wieder im Zeichen von Microsoft Purview. Und da schauen wir uns mit unserem Purview-Guru Tom Wechsler ein paar Praxisbeispiele an. Servus Tom. Hallo Patrick, hallo geschätzte Cloud Ping Pong Freundinnen und Freunde. Patrick, Microsoft Purview, meine Haare, meine Nackenhaare, alle irgendwelche Haare, die stehen zu Bergen. Data Loss Prevention, ich unterdrücke das Ganze. Ich möchte mich da gar nicht irgendwie veräussern. Es ist ja immer so ein Thema, wo oftmals, naja, wie soll ich sagen, Angst macht oder auch vielleicht Respekt mit sich bringt. Vielleicht manchmal auch gewisse Schwierigkeiten, was auch legitim ist. Muss das sein? Was sagst du, Patrick? Ich glaube nicht wirklich, oder? Na ja, muss das sein. Also es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, womit man denn so Umgang hat, datentechnisch. Und jetzt haben wir nicht alle, und das war ja in der letzten Folge auch schon Thema, mit Kreditkarten, Nummern zu tun oder sonst irgendwas. Wir sind nicht alle Zahlungsdienstleister oder müssen uns PCI-Compliant zertifizieren lassen. Aber jedes Unternehmen hat ja doch nun mal irgendwelche Daten, wo es irgendwie doof wäre, wenn sie da landen, wo sie nicht hingehören. Und dazu gehört jetzt nicht unbedingt, oh, wir haben einen Ransomware-Angriff und irgendeiner zapft die Daten ab. Das ist auch doof, keine Frage. Aber es gibt ja eben auch Themen wie Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. Ich habe Freelancer, die irgendwann nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Und eben in der Lage zu sein, so ein bisschen zu steuern und zu kontrollieren, was mit meinen Daten passiert, würde mir jetzt rein aus einer Unternehmersicht schon irgendwie gut stehen. Und deswegen hätte ich da schon ein Interesse dran. Aber es ist eben, wie du sagst, es ist ein unglaublicher Respekt da, dass man da nicht unbedingt was verkonfiguriert und Dinge unmöglich macht, die aber zum tagtäglichen Arbeiten meiner Mitarbeitenden irgendwie notwendig sind. Und deswegen kann man, glaube ich, nachvollziehen, dass es da so einfach diese fühlbare Distanz zu diesem Thema gibt. Und wenn man dann eben noch mit diesen Akronymen DLP, Data Loss Prevention und dem ganzen Kram so um sich wirft, wird es halt nicht besser. Und deswegen war es uns, glaube ich, wichtig heute mit dieser Folge, das ein oder andere einfach griffige Praxisbeispiel zu bringen, die vielleicht so ein bisschen Annäherungsmöglichkeiten bieten, das im eigenen Hause umzusetzen. Diese Annäherungsmöglichkeiten, das finde ich so ein toller Hinweis, weil Microsoft Purview als solches generiert schon eine Art gewisser Unmut oder eben so vielleicht zu hoher Respekt und so. Aber ich habe das oder ich schaue mir das immer von einer ganz anderen Seite an. Und zwar, ich möchte, dass zum Beispiel gewisse automatische, sage jetzt mal automatische Prozesse, nein, ich möchte es einfach erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Projekt. Sie wissen ganz genau, das Projekt geht ein Jahr und die Projektdaten müssen für weitere sechs Jahre aufbewahrt werden. Und Sie möchten nach sieben Jahren ganz einfach, dass diese Daten gelöscht werden. Wäre doch super, wenn Sie sich da um nichts kümmern müssen. Und genau das ist mein Ansatz. Ich möchte, dass diese Daten markiert werden, dass ein Aufbewahrungsbezeichner hinzugefügt wird, der ganz klar definiert, die Daten werden nach Erstellungsdatum nach sieben Jahren entfernt. Und ich muss es dann nur noch prüfen in sieben Jahren, wenn Sie dann noch für diese Organisation arbeiten oder noch auf der Welt sind oder wie auch immer. Oder Purview heisst. Oder genau, vielleicht heisst es ja nicht mehr Purview oder vielleicht gibt es Microsoft nicht mehr, keine Ahnung. Aber es geht ja genau um das. Oder stellen Sie sich vor, Ihre Organisation kommuniziert mit E-Mail. Aber Sie haben einmal eine Entscheidung getroffen, dass Sie sagen, wir kommunizieren nur noch intern mit E-Mail und extern kommunizieren wir, keine Ahnung, mit was auch immer, vielleicht mit Teams oder ist ja egal was. Und jetzt möchten Sie, dass einfach sämtliche E-Mails, die von extern kommen, dass die markiert werden im Subjekt, wo vorneweg steht, extern. Ja, ich denke, es hilft uns einfach, ein Produkt einzusetzen, was vielleicht auch ein Stück weit Coaching-Möglichkeiten bietet. Wir haben ja die Mail-Tipps auch im Bereich der Klassifizierer respektive der Labels die letzte Folge mal angesprochen, dass man halt einfach Möglichkeiten und Hilfsmittel bereitstellt, damit Dinge, die wir uns vorgenommen haben, so und so zu tun, ja, ob das jetzt der externen Kennzeichner ist, den wir ja auch beispielsweise dafür einsetzen könnten, zu sagen, naja, wenn jetzt da was Absender, Name des Geschäftsführers, aber es steht extern davor, dann fühlte ich mich vielleicht auch dazu hingerissen, mal ein bisschen genauer hinzugucken, ob das nicht vielleicht auch eine Phishing-Attacke ist, die im Namen meines fingierten Geschäftsführers von extern nun vorgaukelt, dass ich vielleicht irgendeine hochdotierte Überweisung tätigen sollte oder eben zu sagen, naja, wenn gewisse Kriterien innerhalb der Mail irgendwo zutreffen, dann zu sagen, Mail-Tipp. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was du da gerade tust. Also einfach dieses Coaching, diese Unterstützung dabei, das Richtige zu tun, so haben wir es, glaube ich, auch beim letzten Mal ein Stück weit verankert, dass man eben nicht sagt, hey, das ist jetzt hier die undurchlässige Firewall, die überhaupt nicht mehr ermöglicht, dass Dokumente oder andere Daten in falsche Hände geraten, aber eben eine Unterstützung im Alltäglichen, in der alltäglichen Arbeit zu sagen, dass wieder besseren Wissens wird von irgendeinem versucht, per Mail zu verschicken und ich kann ihm den Tipp geben, vielleicht gibt es einen besseren Weg. Genau, ganz genau. Ich finde, ein interessanter Ansatz, den du erwähnt hast, das Coaching, Microsoft Purview ist extrem darauf angewiesen, dass Personen gecoacht werden, das heisst, dass den Personen gezeigt wird, wenn man das Ganze nicht automatisiert anwendet, wie eine einzelne Person mit diesen Funktionen umgehen kann, selber Dokumente zu markieren, selber einen Bezeichner hinzuzufügen, um Daten zu schützen. Und das ist ganz wichtig, eben, wie du das gesagt hast, Coaching, dass man die Personen abholen kann. Es geht nicht darum, die Personen zu nötigen oder irgendwie einzuschränken oder, wie soll ich sagen, mir fällt das hochdeutsche Wort nicht ein, wir wollen sie nicht belästigen, sondern wir wollen ihnen helfen. Es soll unterstützend sein. Aber weisst du, Patrick, ich glaube, wir müssen da mal etwas zeigen, sonst kommt die Wirkung, glaube ich, nicht irgendwie so richtig rüber. Was denkst du? Na, dann zeig mal her. Herzlich willkommen im Microsoft, nein, das ist ja keine Verkaufsshow, sondern wir sind jetzt einfach da im Microsofts Purview-Portal, und zwar in der neuen Version. Und wir nehmen mal ein Beispiel, und zwar, sagen wir mal, das Thema Datenverlust, eben Data Loss Prevention. Aber jetzt nicht einfach Data Loss Prevention, wie man das immer wieder liest, hört, sondern das, was wir angesprochen haben, eben diese Mails vielleicht einmal zu bezeichnen, die von extern kommen. Und da verwenden Sie ganz einfach eine Richtlinie, eine Richtlinie hier in Microsoft Purview, die Sie erstellen und dann verwenden. Und Sie sehen, ich habe hier verschiedene Policies angelegt, zum Beispiel eine, die heisst interne Dokumente, oder da geht es jetzt halt eben um diese Kreditkarteninformationen. Und Sie können diese Policy bearbeiten, hier zuerst einmal die Übersicht, das sparen wir uns. Ich wähle jetzt direkt aus Richtlinie bearbeiten. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier in dieser Richtlinie, habe ich festgelegt, dass nicht nur, übrigens es geht um Exchange E-Mail, habe ich festgelegt, dass nicht nur bei den internen Dokumenten etwas passieren soll, sondern, wie Sie es hier sehen, Dokumente und E-Mails von externen. Da habe ich einfach ganz klar angegeben, das Inhalt wird empfangen von Personen ausserhalb meiner Organisation. Dann soll vorangestellt beim E-Mail-Betreff das Wort external stehen. Und ich glaube, das ist doch das, Patrick, was wir vorher eben thematisiert haben. Das ist doch nur unterstützend. Und es geht ja nicht darum, irgendeine Person zu belästigen, sondern zu unterstützen, zu sagen, hey, Achtung, dieser Inhalt ist von extern. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht, hier bei E-Mail, bei den Postfächern. Und ich glaube, das ist doch ein wunderbares Beispiel. Und jetzt habe ich ein Postfach geöffnet von einer Testperson, die Johnny Sherman. Da habe ich jetzt zum Beispiel von extern, habe ich ein E-Mail gesendet. Und zwar von einer Gmail-Adresse. Und da habe ich gesagt oder geschrieben im Subjekt, ich brauche Informationen. Naja, ich brauche Informationen. Ja, okay, jeder kann das sagen. Aber der springende Punkt ist, dieses E-Mail kam von extern. Und ich glaube, das ist doch schon einmal ein Hinweis, nochmals darüber nachdenkt und sich überlegt, ja, ist das legitim? Darf ich jetzt die Informationen bekannt geben? Ich glaube, das ist doch ein Beispiel, wie du es auch erwähnt, als Patrick. Ja, es kommuniziert eben einmal mehr, was vielleicht eine Richtlinie im Unternehmen ist, die sich eben automatisiert nur bedingt, sagen wir mal, umsetzen oder enforcen lässt. Und da ist jetzt logischerweise Kreativität gefragt, eben eigene Unternehmen zu schauen, was gibt es dort für Richtlinien, was kann man eben anhand von Selektoren, Domänen, Dateien etc. oder auch Dateien inhalten, was kann man anhand dessen respektive zusätzlich zu den Informationen, die mir eben zugehen, markieren? Was kann ich da von dem Anwender kommunizieren, sodass er eben eine interne Unternehmenspolicy besser leben kann? Und dann habe ich noch eine weitere Regel eingerichtet, und zwar wieder auf Basis von diesem, Sie erinnern sich vielleicht, dieser sensitive Infotype. Dort können wir festlegen, was soll erkannt werden. Und ich habe in diesem sensitive Infotype beispielsweise angegeben, dass wenn das Wort Mitarbeiter oder das Wort ID, die Abkürzung, oder wenn die eigentliche ID, in diesem Fall ABD123456, wenn das irgendwo im E-Mail enthalten ist, und das habe ich jetzt als Johnny Sherman dann gesendet, an den Tom Wexler, an dieser Gmail-Adresse, dann passiert auch etwas. Und zwar, erstens mal bekommt dann die Johnny Sherman ein E-Mail, wo es heisst, hey, Achtung, da sind Informationen bekannt gegeben worden, die nicht legitim sind, und es ist dann auch ein E-Mail angekommen beim Tom, und dort steht dann, Achtung, und zwar im Subjekt steht dann etwas so, ich muss mal schauen, vielleicht kann ich das besser zeigen, wo es heisst, diese Informationen sollen da. Das ist die Meldung dann, die erschienen ist, als die Johnny S. das E-Mail gesendet hat. Aber der Tom sieht dann in seiner Mailbox diesen Hinweis, und zwar, use this information correctly, also nur correctly. Das habe ich ebenfalls in dieser Regel hinzugefügt. Das heisst, die Johnny Sherman hat versehentlich oder bewusst, hat sie da Informationen bekannt gegeben, und jetzt kommt das E-Mail an, im Postfach von Tom, und mit diesem zusätzlichen Hinweis, das könnte ja auch ein Hinweis sein, vielleicht jetzt der Tom ist vielleicht extern oder ist dein Partner, oder was auch immer, wo dann einfach so mitgeteilt wird, hey, Achtung, das sind vielleicht sensitive Informationen, behandle diese auf eine andere Art und Weise als üblich. Ja, ja, das ist ja genau dieses Coaching, von dem wir gesprochen haben. Also es geht vielleicht nicht um dieses Verhindern in letzter Konsequenz, dass Daten abfließen, aber zumindest, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür erregen. Denn wir haben es ja auch in diesem Format jetzt schon mehrfach mal angesprochen, das so Thema Dwelltime, also wie lange dauert es, nachdem Dinge passiert sind, bis sie überhaupt mal auffallen und bekannt werden. Und wenn ich aber hier gleich reagieren kann, indem ich eben sage, hey, da ist vielleicht ein Thema passiert, und kann dann entsprechend, ja gut, über den Mail-Rückruf, der gerne mal an den Exchange passiert, über den wollen wir jetzt mal nicht reden, aber dass man einfach reagieren kann darauf, dass man im Zweifel eben das Thema Datenschutz da nach vorne bringen kann und einfach sagen kann, wir können hier reagieren, wir können dort drauf reagieren, weil einfach Dinge passiert sind. Und es hängt ja irgendwo auch von euch ab, welcher Art Richtlinien ihr etabliert. Im Zweifel geht so eine Mail dann eben auch gar nicht erst raus. Also man kann ja durchaus sagen, es ist jetzt keine Information, die daraufhin passiert, sondern es ist eben auch wirklich eine Möglichkeit, das zu unterbinden, dass diese Kommunikation mit welchem Bezeichner auch immer überhaupt nach außen gelangt. Und dazu muss man aber eben, ja, das Thema eigene Daten kennen. Was sind denn für mich sensitive Informationen? Sind es jetzt, sind es interne Mitarbeiter-IDs? Sind es Kundennummern, Kreditkarten? Wie gesagt, sind wahrscheinlich eher die Ausnahmen, es sei denn, man arbeitet bei Wirecard. Aber dass man jetzt da irgendwo so ein bisschen hingeht und mal nach innen schaut und eben hinguckt und eben überlegt, was könnte davon denn betroffen sein? Was möchte ich denn nicht, dass es nach außen gelangt? Wo wäre es denn blöd, wenn es das trotzdem tut? Das wird jedes Unternehmen für sich selber betrachten müssen und muss dann eben daraus ableiten, naja, muss ich mich dann jetzt vielleicht doch nochmal für einen Kurs für reguläre Expressions irgendwo hier anmelden und einfach sagen, kann ich das irgendwie so abfangen, dass auch nicht so viele False Positives dabei rauskommen? Weil ich glaube, das ist eine große, große Gefahr. Ja, also auch beim Erstellen von diesen Bezeichnern dafür zu sorgen, dass es eben wirklich nur die Daten wirklich betrifft und identifiziert, die 100 Prozent damit übereinstimmen, dass man mal den einen oder anderen dabei hat, okay, aber wenn da ständig irgendwo eine rote Lampe blinkt und irgendwelche Leute mit irgendwelchen E-Mails drangsaliert werden, dann ist das nicht hilfreich. Also man muss sich damit sehr, sehr genau auseinandersetzen und dann eben zu sagen, naja, eine Kreditkarte fängt immer in dem Format an, hat danach so und so viele Stellen und so weiter, um bei diesem Kreditkartenbeispiel zu bleiben. Aber dass man da eben wirklich sehr, sehr genau hinschaut und korrekte und sehr konkrete Massnahmen entwickelt, um hier einen Abfluss zu verhindern. Du hast zwei Punkte angesprochen. Der erste Punkt ist, diese Genauigkeit, die man erzeugen muss oder sagen wir mal erzeugen sollte, wenn es darum geht, Informationen überhaupt mal einzustufen. Das ist mal eine Herausforderung und das ist auch keine set it and forget it Angelegenheit. Im Gegenteil, das ist eine sich wiederholende Tätigkeit, die man immer wieder für sich herausfinden muss. Vielleicht noch als Beispiel, ich habe hier, wir sehen es, die Nachricht enthält folgende sensitive Informationen. Da geht es nicht um Kreditkartennummer oder sonst irgendetwas, sondern da geht es um genau diese drei Wörter, Cloudtrain, Mitarbeiter und ID. Und genau das war der Trigger, warum dann schlussendlich zum Beispiel diese Information hinzugefügt wurde. Also eben, muss nicht immer nur Kreditkartennummer sein. Der andere Punkt ist eben das Coaching, was du angesprochen hast, von den Personen auch da. Ich finde das super hilfreich, weil wenn die Personen mit ins Boot geholt werden und man sie wirklich gut informiert und ihnen erklärt, was das Ziel ist, dann hat man unglaublich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, stellen Sie sich eine kleine Organisation vor und eine Person ist verantwortlich für die Rechnungen. Sie legt einfach alle Rechnungen in einem Ordner ab und der Chef sagt vielleicht, hey, es wäre einfach toll, wenn diese Rechnungen für gewisse Zeit immer zur Verfügung stehen, dass diese nicht versehentlich gelöscht werden können. Ah, ist doch super. Dann weiss diese Person, sie navigiert zu den drei Punkten, geht zur Richtlinie zuweisen und dann zum Beispiel, ah, Spesenrechnung, das ist jetzt ein Label, also ein Bezeichner oder auch unter Records Management nennt man es einen Ablageplan, den habe ich festgelegt. Der heisst jetzt halt Spesenrechnung, aber jetzt weiss diese Person, aha, clever wie ich bin, ich wähle diesen Bezeichner aus, weil egal was dann passiert, diese E-Mails stehen für den Zeitraum immer zur Verfügung, der in dieser Aufbewahrungsbezeichnung definiert ist. Das ist doch super unterstützend. Da geht es gar nicht darum, irgendjemand einzuschränken, sondern im Gegenteil, da geht es um ein Miteinander, Miteinander sich zu unterstützen, wenn es darum geht, eben die Daten korrekt zu behandeln. Magst du uns das Gegenteil quasi davon noch, oder das Gegenstück vielmehr dazu noch zeigen, die Definition einfach von dem Thema, wie fügen wir etwas, also ich glaube, das mit dem Extern hatten wir jetzt schon gezeigt, aber das Thema, welche Benachrichtigungen wir darauf generieren können und auch hier dieses Thema der Spesenrechnung, wie du diese Bezeichner angelegt hast, macht das Sinn? Ja klar, selbstverständlich. Also, vielleicht ein Punkt, den es zu erwähnen gilt, von Anfang an ist, seien Sie geduldig. Wenn Sie einen Aufbewahrungsbezeichner anlegen und diesen dann veröffentlichen, also man nennt es Publish, dann dauert das bis zu sieben Tage, bis der schlussendlich zur Verfügung steht. Ich möchte Ihnen das mal schnell zeigen. Navigiere zurück, dann zu alle Lösungen, Datenlebenszyklusverwaltung und dann haben wir hier die Aufbewahrungsbezeichnungen. Wenn Sie einen Bezeichner anlegen, Sie sehen, ich habe da verschiedene Personaldaten, Spesenrechnung, Kreditkartenabrechnung, Sie haben einen Bezeichner erstellt und wenn Sie diesen dann veröffentlichen, dann erhalten Sie die Meldung am Schluss, es kann bis zu sieben Tage dauern, bis dieser Bezeichner zur Verfügung steht. Und ganz wichtig auch noch, wenn Sie mit Records Management arbeiten und Sie möchten, dass die Person, wie wir das eben gesehen haben, und Sie sehen hier, Sie möchten, dass die Person eine Richtlinie selber auswählen kann. Die Postfachgrösse muss mindestens 10 Megabyte enthalten, damit Sie diese Aufbewahrungsbezeichnungen überhaupt auswählen können. Ich weiss, das hört sich jetzt blöd an oder trivial, aber ich arbeite hier in einer Testumgebung und ich hatte, bis ich dieses E-Mail hier gesendet habe, ein PDF in 10 Megabyte Grösse, niemals die Möglichkeit, irgendwelche Aufbewahrungsbezeichnungen auszuwählen. Ich dachte mir schon, Himmel, Herrgott, was ist denn los? Also, das ist vielleicht nicht unbedingt relevant für produktive Umgebung, aber ich wollte einfach diesen Hinweis noch geben. So, kommen wir zurück. Also, Sie erstellen einen Bezeichner und dann müssen Sie diesen Bezeichner veröffentlichen, weil der Bezeichner als solches, wenn Sie den erstellt haben, Sie sehen hier zum Beispiel Mitarbeiterverträge, Aufbewahrungsdauer 10 Jahre, der Bezeichner als solches macht nichts. Er macht erst dann etwas, wenn Sie ihn veröffentlichen, wenn Sie ihn zur Verfügung stellen, dann können Sie mit diesem arbeiten. Und dann können Sie mit Richtlinien arbeiten, Aufbewahrungsrichtlinien oder eben auch Bezeichnungsrichtlinien. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas schnell zeigen und das finde ich persönlich echt cool. Es ist ja toll, wenn Mitarbeiter mithelfen, weil dann sind sie im Boot, sie sind im Spiel, sie helfen mit, wunderbar. Was aber echt cool ist, Bezeichnung automatisch anwenden. Und jetzt, ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, ich habe hier, okay, jetzt wieder Kreditkartenabrechnung, aber der Einfachheit geschuldet. Ich habe diesen Bezeichner, habe ich automatisch veröffentlicht. Das heisst, je nach Definition in diesem Bezeichner werden dann Dokumente, zum Beispiel in OneDrive oder in SharePoint, das habe ich so angegeben, automatisch gekennzeichnet und dann eben automatisch für eine gewisse Zeit aufbewahrt. Das will ich Ihnen ebenfalls schnell zeigen, hier in OneDrive. Sehen Sie, ich habe da ein Dokument, dieses Dokument hat viele Kreditkartennummern. Also Sie sehen hier diese Kreditkartennummern und wir sehen auch schon den Richtlinientipp. Da kommt schon mal der Hinweis, Achtung, da gibt es Items, die mit einer Policy in Konflikt stehen. Jetzt navigiere ich zu den drei Punkten, dann wähle ich die Details aus und da erhalten wir wieder die Information und schauen Sie mal, sehen Sie, Kreditkartenabrechnung, diese Bezeichnung wurde automatisch angewendet. Ich musste da nichts manuell machen. Und das sind doch auch so Vorteile, die man sich zunutze machen kann. Stellen Sie sich eben das Beispiel mit Projektdaten vor. Projektdaten, die einfach automatisch gekennzeichnet werden, für eine gewisse Zeitdauer nicht gelöscht werden können und am Ende der Ablauf oder am Ende der Frist werden dann die Dokumente beispielsweise automatisch entfernt oder man kann sie einer Genehmigung zur Verfügung stellen. Das heisst, eine Person muss genehmigen, dass dann die Daten gelöscht werden dürfen. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob wir als Beispiel irgendwie auch noch den, ja, einen punktuellen Litigation Hold im Rahmen eines Rechtsstreites oder sowas als gutes Beispiel hätten. Aber da weiß ja keiner so wirklich, wie lange die so dauern. Von daher kann man, glaube ich, im Vorhinein nicht wirklich festlegen, ob das in einem, zwei oder drei Jahren irgendwie dann gelöscht werden kann. Aber natürlich wäre auch das eine Maßnahme, anstatt jetzt ein komplettes Postfach unter Litigation Hold zu stellen, da eben zu sagen, ich suche mir die relevante Korrespondenz und haue dem Ding ein Label um die Ohren, wo zumindest irgendwas dranhängt. Und dann eben vielleicht eine autorisierte Person das auch wieder entfernen kann, ohne dass dann automatisches Löschen irgendwo passiert. Richtig. Also den Hinweis finde ich super. Warum ein Postfach unter Litigation Hold stellen? Weil dann ist das komplette Postfach davon betroffen. Aber stellen Sie sich vor, es gibt einen Fall oder einen Verdacht. Ein Verdacht, dass gewisse Informationseinheiten vielleicht trotzdem die Organisation verlassen haben, wo nicht hätte sein dürfen. Da gibt es die Möglichkeit, mit einem sogenannten E-Discovery-Fall zu arbeiten. E-Discovery bedeutet, Sie können Content suchen. Das heisst, Sie können einen Fall eröffnen. Und ich habe da vielleicht einen Verdacht, dass in gewissen Postfächern Informationen oder von Postfächern aus Informationen versendet wurden. Und ich möchte nicht das komplette Postfach blockieren, sondern ich möchte einfach wissen, wo sind diese Inhalte oder wohin gingen diese Inhalte. Weil es gibt hier einen bestehenden Fall. Ich denke, das ist das, was du gemeint hast, oder Patrick? Nicht unbedingt komplett alles blockieren, sondern vielleicht einfach den Fokus setzen auf gewisse Inhalte. Ja, also einerseits ist ja dein Beispiel jetzt gewesen, es haben Informationen unerlaubterweise das Unternehmen verlassen. Aber ein Rechtsstreit ist ja nicht immer nur Data Loss, sondern das kann ja eben sein, hey, da sind Korrespondenzen ganz normal in einer Art Geschäftsaufbau zustande gekommen. Und die sind einfach für einen Rechtsfall relevant. Und ich möchte nicht, dass die aus Versehen gelöscht werden können. Klar, in einer idealen Welt hätten wir jetzt auch noch irgendwo ein Mail-Archiv, worauf der Anwender keinen löschenden Zugriff hat. Aber jetzt mal angenommen, nur um das Praxisbeispiel zu Ende zu bringen, ich suche mir die einfach über meine Outlook-Suche raus. Rechte Maustaste markieren als relevant für einen Rechtsfall mit irgendeinem Custom-Label und dann kann das nur noch ein Admin entfernen oder sowas. Das wäre zumindest, wie gesagt, eine punktuelle Variante außerhalb von eDiscovery. Wir müssen da auch gleich noch über das Thema Lizenzen sprechen. Ich weiß, unser Lieblingsthema. Aber ich glaube, das eine oder andere, was du jetzt eben auch gezeigt hast, gerade Thema Autolabeling oder auch jetzt eDiscovery Premium, da gibt es ja auch zwei Stufen, Standard redet ja aktuell. Und ohne, dass wir jetzt hier wirklich Zeit überbrücken, wo ist das Portal, sich endlich berappelt hat. Aber das Thema Lizenzierung, da ist eben Information Protection P2 teilweise gefragt. Und das ist ja dann eben auch wirklich nochmal ein Kostenfaktor. Ein letzter Hinweis, den ich auch noch super spannend finde, ist der sogenannte Content Search. Und zwar, stellen Sie sich mal vor, es ist jetzt eben die Situation eingetroffen, dass ganz viele Personen ein Phishing-E-Mail erhalten haben. Und zwar ein Phishing-E-Mail, wo es heisst, Achtung, Passwort-Reset muss unbedingt sofort durchgeführt werden, lalala etc. Sie können dieses E-Mail, welches versendet oder erhalten wurde, nehmen Sie beispielsweise das Subjekt, Sie starten eine Suche, eine Content Search-Suche, die Sie hier erstellen und können dann überall, wo dieses E-Mail angekommen ist, können Sie es direkt entfernen lassen. Das heisst, Sie können die E-Mails suchen, mit Hilfe von Content Search. Und dann, ich habe das dann mit der PowerShell gemacht, dann können Sie ein Hard-Delete durchführen, dass überall, wo dieses E-Mail angekommen ist, wird es aus dem Postfach entfernt. Das ist ebenfalls Perview. Das finde ich super spannend. Sehen Sie hier, ich habe eine Suche gestartet, die heisst Passwort-Reset. Und dann wird mir angezeigt, wie viele Elemente wurden gefunden. Und dann können Sie mit einer Aktion diese Phishing-E-Mails tenantübergreifend entfernen. Das ist super, echt coole Sache. Das ist definitiv was, auch wenn ich jetzt hier irgendwie gewillt bin, hier ist, nimm doch bitte meine Kreditkarte und buch doch irgendwie noch ein paar Azure-Ressourcen auf dieses Portal. Das ist ja minimal unerträglich gerade. Natürlich gibt es hier auch eine Notwendigkeit zu sagen, hey, eigentlich Thema Datenschutz, Vier-Augen-Prinzip, irgendwas in der Richtung, müsste man eigentlich noch anwenden, um jetzt hier nicht zu sagen, wir suchen über die Inhaltssuche, wann die letzten Urlaubsfotos da irgendwie über den Äther gegangen sind. Also das birgt natürlich auch eine gewisse Transparenz, die gelebt werden will und die auch im Zweifel eben gewisse Massnahmen braucht. Absolut, ja. Das ist natürlich ganz klar. Also das macht man nicht einfach so, weil man mal Zeit hat, sondern das muss dann schon strukturiert sein. Ja, leider das Portal, eben, ich habe diese Erfahrung wirklich gemacht, auch letztes Mal, ich musste da mich selber in Geduld üben, das ist manchmal wirklich oft etwas mühsam, weil sich da einfach die Informationen nicht aktualisieren. Auch hier, jetzt sehen wir wenigstens da die Zusammenfassung. Sehen Sie, ich habe nach diesem Inhalt gesucht. Der Tom Wechsler, dieser kleine Schlingel, hat da E-Mails versendet mit dem Subjekt Passwort Reset. Das habe ich mir zunutze gemacht. Ich habe einen Content Search gestartet. Diese Übereinstimmung, also beziehungsweise diese Suchbedingungen gab über eine Übereinstimmung über vier Elemente und ich konnte dann eben diese Elemente entfernen, gesamt tenantübergreifend. Und das ist schon echt eine coole Sache. Das Thema Datenschutz, Tom, noch kurz aufzugreifen, wäre ja vielleicht auch anderweitig, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, eine E-Mail mit einer offenen Anliste, Empfängerliste verscheckt hätte, anstatt das Ganze in CC zu tun, könnte man ja damit auch tenantübergreifend irgendwie das ganze Ding irgendwo rauslöschen, um personenbezogene Daten, die fälschlicherweise im eigenen Tenant verteilt wurden, einfach auch da wieder aus den Postfächern zu kratzen. Also ich denke, Praxisbeispiele gibt es eben, die man ja unter Berücksichtigung der jeweiligen geltenden Gesetze einfach umsetzen muss. Du hast auch schon Lizenzen noch angesprochen und ich möchte noch einen Punkt ansprechen, eben auch wegen Compliance oder eben Datenschutz. Ganz wichtig, ein Content Search oder zum Beispiel mit Records Management zu arbeiten, diese Ablagepläne, also auch die Aufbewahrungsbezeichner oder ein E-Discovery, ein Fall zu erstellen, das können Sie nicht einfach so, das heisst, auch wenn Sie globaler Admin sind, das geht nicht, Sie können keinen Content Search durchführen, das heisst, Sie brauchen die notwendigen Berechtigungen. Um einen E-Discovery-Fall zu bearbeiten, brauchen Sie mindestens die Rolle E-Discovery Manager, wenn Sie alle Fälle bearbeiten möchten, müssen Sie E-Discovery Administrator sein, wenn Sie einen Content Search durchführen wollen, brauchen Sie zusätzlich noch die Rolle Records Management, also da ist schon auch vorgängige Arbeit, die geleistet werden muss, eben auch in Bezug auf Datenschutz, dass da nicht irgendjemand, weil er globaler Admin ist, da irgendwelche Postfächer untersuchen kann. Also da braucht es schon die notwendigen Berechtigungen dazu. Sehr schön. Und mein Hinweis mit Information Protection P2 war ja, glaube ich, oder eben E5, die All-in-One-Lizenz, damit sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Genau, absolut, ja. Ich hoffe, Patrick, wir konnten da vielleicht etwas... Oh, jetzt, nein. Bevor ich Licht ins Dunkle sage, schauen Sie mal, jetzt kommt doch tatsächlich noch dieser E-Discovery-Fall zum Vorschein. Verdacht Postfach, da ist nichts anderes als der Container, das ist der E-Discovery-Container, dann geht es um die Suche. Hier habe ich die Suche gestartet, und zwar eben nach Informationen, zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiter-ID. Das definieren Sie in einer Suche. Dann können Sie die Aufbewahrung bestimmen für die Elemente, die gefunden wurden, und aber auch, Sie können dann das Resultat exportieren. Sie können beispielsweise eine PST-Datei generieren, beispielsweise pro Postfach einen Export generieren oder alles zusammen komplett in einer PST-Datei, und dann kann die Person, die berechtigt ist, ihr auch wieder, da müssen Sie Datenschutz einhalten, etc., kann dann diese PST-Datei in seinem Outlook anbinden und dann die entsprechenden Inhalte untersuchen. Ich glaube, das ist das, was ich noch schnell sagen wollte an dieser Stelle. Aber auch hier, die Informationen sind wieder sehr, sehr langsam. Naja, aber ... Wusa. Ja. Ich hoffe, Sie haben trotzdem den Eindruck erhalten, um was es da geht beim e-Discovery, bei diesem Fall. Sehr schön. Wir hoffen natürlich, dass ihr diese Fälle nie braucht, denn das sind ja in der Regel auch mit unangenehmen Dingen verbunden. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, dass sie da sind, wenn man sie denn mal braucht und wie man das Ganze entsprechend einrichtet, hat uns ja der Tom dankenswerterweise gezeigt. Hat mir riesig Spass gemacht und ich hoffe, ich konnte da einige Punkte, oder wir konnten da mit einigen Punkten etwas Licht ins Dunkle bringen. Dann hoffen wir, dass Microsoft auch noch eine Kreditkarte findet, mit denen das Portal vielleicht mit ein paar mehr Ressourcen ausgestattet werden kann. Das wäre doch sehr wünschenswert, weil ja doch die Lizenzkosten nicht ganz unerheblich sind, möchte man doch auch in der Lage sein, das Ganze zu benutzen. Ansonsten das Thema Bezeichner etc., glaube ich, performt ein bisschen besser, aber da ist, glaube ich, die Vorarbeit viel, viel wichtiger. Das haben wir besprochen und gezeigt, dass man sich da einfach mit den eigenen Daten auseinandersetzt. Haben wir auch eine Folge zu gemacht, verlinken wir nochmal in der Beschreibung. Gut, dann danke nochmal, lieber Tom. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr mögt. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.